Es wird eine Mega-City. Ja! Ab in die Verlängerung, es war 3-0! Jawoll! Wir haben gerade die 500 Abonnenten geknackt. Und als kleines Dankeschön an euch habe ich etwas richtig Großes geklagt. Etwas, bei dem auch ihr mitmachen könnt. Und als kleines Dankeschön an euch. Und als kleines Dankeschön an euch. Ich habe eine letzte Saison startet, weil letzte Saison, im letzten Video, was ihr ja ganz sicher angeguckt habt. Ah ja. Wer wechselt da weg? Keine Ahnung. Lass uns mal die Mannschaft angucken. Grealish, Haaland, Foden, De Bruyne, Silva, Rodri 92, Haaland 94, 95, Jan Kuto, Ruben Diaz 90, Akanji 84, Guardiol 86, 89, Aederson, 86, Alvarez, 82, Doku, 82, Kovacic, 76, Dileb, 82, Martínez, 86, Davies, 79, Ortega. Ach soo, sorry, da chillt noch ein Mbappé. Na gut, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Digga, wo kam der Mbappé gerade her? Digga. Ist ja noch so einer? Nee. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Gut, also, was haben wir so für ein Transferbudget? 431 Millionen. Oh my God. Okay, warte, ich mache jetzt hier mal. Real Madrid war letztes Jahr krass. Was haben die denn so für Spiele? Real Madrid. Gut, kaufe ich. Oh, Bellingham kaufe ich. Wer war sonst noch so gut? Wer war gut? Wer war gut? Eda Bilitao kaufe ich. Ähm, Rodrigo, brauche ich nicht. Habe ich bessere? John Stones, der ist ja von uns. Ähm, Valverde. Kaufe ich? Oh, Vini Junior. Nee, brauche ich nicht. Oder? Nee, der ist so schlecht. Theo Zidane, oha. Der Sohn von Zidane, den Zidane. Na gut, dann weiß ich ja, wen ich kaufen will. Diese vier Spieler, 150, 250. Werde ich mir alles mit leisten können, dann tausche ich irgendwelche Spieler noch mit ein, einfach. Digga, ich kann sonst nichts machen. Der Kader ist zu krass. Ist zu krass. Ich kann nichts tun. Ich muss ein 880er auf ein 91er upgraden. Hier, 80 Millionen. Passt das? Hä? Hä? Ich glaube, ich muss noch eine Woche warten und neu verhandeln. Ich biete ihm den nochmal an. Hallo, ich bin wieder da. Kennst du mich noch? Biete ich ihm nochmal 80 an. Den selben... Digga, er will 100... Digga, wie viel willst du für den? Na gut, kriegst du... Ja, hier. Nimm all mein Geld. Ne, die Freigabe von 220 Millionen zahle ich nicht für den Außenverteidiger. Tut mir leid. Wie wäre es mit Alphonso Davies? Das ist aktuell noch so mein Backup. Falls Guardiol sich verletzt. Gut, dann haben wir auch das noch. Ja, nimm mein Geld. Nimm es. Ida Militao. Ich zahle die Freigabe, somit ich habe keinen Bock jetzt mit dem Typen nochmal zu verhandeln. Dann simuliere ich ein paar Tage weiter. Nimm die Angebote an. Und dann sollten wir gefühlt jedes Spiel diese Saison gewinnen. Ansonsten ist es nur enttäuschend. Dann gebe ich noch den Rest des Kaders frei. Also, Ida Militao hat das Angebot angenommen. Da ist er doch. 170 Millionen. Ich hatte ja keinen Bock mit ihm zu verhandeln. Wenn ich jetzt selber auf 130 drücken können. Schön, der Alexander-Arnold hat das Angebot auch angenommen. Den habe ich tatsächlich für 40 Millionen plus Davies. Davies habe ich je nicht gebraucht. Der hat eh nur auf der Bank rumgeschimmelt. Und Valverde kommt auch noch. Topstar. Super. Mit 91. Bernardo Silva plus 96 Millionen. Das ist ein Plus-3er-Upgrade. Das zahle ich gerne 100 Millionen. Passt. Jetzt muss ich mir noch Jude Billingham holen. Jetzt muss ich aber dafür noch ein paar Tage warten. Dicker. Wo kommt denn der Hakan Chalanoglu her? Dicker, was haben wir eigentlich für einen geisteskranken Kader? Dicker, plötzlich spawnt da ein Mbappé. Da ist irgendein Hakan Chalanoglu, der irgendwie... Wo war der? Wo ist Hakan Chalanoglu? Ach, da unten chillt der auch noch. Dicker, woher soll ich wissen, dass der existiert? Ich gebe jetzt nochmal diese ganzen Reservespieler frei. Ich meine ja, dieses FIFA ist es ja so. Man kann unendlich freigeben. Es tut mir leid. Ich muss gleich nochmal was nachkommentieren. Also nicht nachkommentieren, weil mein Mikro war stumm. Ich habe Bellingham endlich geholt für 200 Millionen, aber nur, indem ich mir Ederson... Indem ich Ederson für 120 Millionen an die Wulst verkauft habe und dafür Courtois für 80 Millionen gekauft habe. Äh, für 60, sorry. Und damit ich sein Gehalt zahlen konnte von Bellingham, wir gehen jetzt mit dieser krassen, geistkranken Mannschaft direkt ans Ende der Saison, weil ich kann da eh nichts mehr verbessern. Die Mannschaft ist so gut. Ich gehe direkt ans Ende und ich gehe davon aus, dass wir eigentlich jeden Wettbewerb gewinnen sollten. Also bitte mit dieser Mannschaft. So. Was sehr gut übrigens allen kosten, ist ein Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ende der Saison gekommen und wie lief es denn so in der Liga? Wir sind Meister geworden. Nein, wir haben eine Niederlage. Gegen wen hatten wir eine Niederlage? Gegen wen haben wir verloren? Wo haben wir verloren? Mann. Wir hätten die Invincible Season schaffen können. Jedes Spiel, also nicht jedes Spiel gewinnen, sondern kein Spiel verlieren. Gegen Chelsea? Die sind Achter, wollt ihr mich verarschen? Gegen den Achten? Naja, immerhin. Wir sind Meister. Gut, passt. Community Shield gewonnen. Emirates FA Cup. Sind wir in Runde 6 gegen Liverpool rausgeflogen? Ich kann nicht mehr. Carabao Cup gewonnen. Hier sind wir Zweiter. Ja, Digga, Sevilla gewinnt gegen Real Champions League. Haben wir gewonnen gegen Basel im Finale. Da sind wir durchmarschiert. Außer gegen Benfica, da haben wir bloß im Elfmeterschießen. Also, Digga, jetzt ist Real Madrid. Wir haben 4-2 Dortmund geschlagen. Und im Achtelfinale 4-2 gegen Monaco. Gruppenphase sind wir sogar nur Zweiter geworden. Hinter meinem Ex-Verein, dem BVB. Ich glaube, ich habe den gut hochgepusht. Gut. Die Mannschaft. Wie sieht es aus? 95er MAP, 95er Haaland, 90er Voten, 91er Bellingham, 92er Rotary, 91er Valverde, 88er Guardiol, 89er Militao, 91er Diaz, 88er Trent Alexander-Alt und 90er Courtois, 87er Alvarez, 82er Doku, 87er Rielish, 85er De Bruyne, 84er Kuto und 79er Otega. Jetzt kommen wir noch zum wichtigen Teil des Videos. In dem Teil, an dem wir schauen, was ist dann mein nächster Job. Und da sollte es eigentlich viele Kandidaten geben. Also, Newcastle United, FC, SSC, Neapel, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Azti Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin und das war's. Juventus Turin, komm schon. Bewerbe ich mich? Ah fuck, ist das der letzte Tag? Wird das am nächsten Tag schon beantwortet? Ich hab die Stelle bei Juventus Turin bekommen, nehme sie an und das heißt, das nächste Video wird mit Juventus Turin sein. Das war's dann vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und? Vorstellungen schauen wir uns noch an. Ciao, ciao. Ciao, ciao.